Was wollen wir jetzt machen? Äh, Looping. Ein Looping? Ja. Bist du dann fest angeschnallt? Ja. Luftraubenbeobachtung ist auch in Ordnung. Da ist alles frei. Dann wollen wir bereits. Für ein Looping fliegen wir erst steil nach unten. Und dann ziehen wir unten steil nach oben. Und dann ist das Flugzeug drehen und dann ist irgendwann die Erde oben. Wollen wir loslegen? Ja. Halt dich an den Gurten fest. Und los geht's. Wuhu! Oh, der ist ja völlig schief. Einer Hand filmen mit der anderen Hand fliegen. Noch ein. Halt den Ort mal. Ja. Juhu! Das geht's nicht. Oh, und wie das geht's nicht. Oh, jetzt sind wir ein bisschen langsamer, aber das passt. Noch ein? Ja. Eie, das fällt immer noch schief. Ja. Ja. Und dann machen wir den Körn. 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 Ja. Alles in Ordnung? Ja. 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 Was denn? Doch, da kannst du den Fernsehzuschauern mal einen kleinen Gruß sagen. Ich hoffe, dass auch alles richtig drauf ist. Immer so blind nach hinten füllen. Das ist ja immer so Glückssache, ob der Film was wird. Du willst den Looping? Ja. Sollen wir loslegen? Ja. Okay, und los geht's. Ja, der ist gerade. Oh, und ein bisschen langsam oben. Noch einen? Ja. Oh. Noch einen? Ja. Oh, und ein bisschen langsam oben. Oh, und ein bisschen langsam oben. Jetzt geht's jetzt erstmal. Ja, jetzt geht's jetzt. Noch einmal geht's? Okay, kann ich jetzt wieder landen? Ja, jetzt landen wir gleich. Möchtest du noch ein bisschen Quatsch machen? Ja. Kommst du an den Knüppel dran? Ja. Dann mach du Quatsch. Okay. Kannst du den Knüppel nach hinten ziehen? Noch weiter ziehen, noch weiter ziehen. Genau, guck mal, da geht die Nase hoch und wir werden langsam. Und oh, jetzt ist ganz leise. Ein bisschen nahe drücken, dann werden wir wieder schneller. Und dann noch wieder nach hinten ziehen. Genau. Oh, jetzt sind wir aber ganz schön hoch hier. Ui. Wow. Du kippst jetzt ja im Bauch. Meine Bitte. Wenn wir hoch fliegen, dann muss man immer die Zunge rausstrecken. Dann muss man die Zunge rausstrecken? Ja. Das hab ich ja noch nie gemacht. Ja. Willst du noch ein bisschen Quatsch machen? Ja. Dann fühlt man es so, dass die Wassen schon glatt sind. Ja, echt? Ja. Willst du noch ein bisschen Quatsch machen? Ja. Dann mach Quatsch. Oh. 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 Auf geht's denn magst du gerne? Oh. O. Oh. 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 Das nennt sich Tröpfchenfliegen. Gut, wir machen die leichte Form. Noch mehr? Und schön schnell nachdrücken. Wow! Schwerelos! Da kommen die Füße hoch, hm? Ja. So, da unten ist der Flugplatz Kühntropf. Der Duell Kühntropf, der landen wir gleich wieder. Dann können die nächsten wieder an der 21 fliegen. Der Flugplatz Kühntropf. 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 Nach vorne. Der Flugplatz Kühntropf. Der Flugplatz Kühntropf. Der Flugplatz Kühntropf. Ne, mit dem Flugplatz Kühntropf. der Flugplatz Kühntropf. Der Flugplatz Kühntropf. Der Flugplatz Kühntropf. Wolkeloch absteigen. Oh, jetzt sind wir dann wieder runter den Wolken. Der linkste Pektor nicht. Genau, jetzt sind wir runter. Weißt du auch, wo der Flugplatz ist? Wo kommen wir denn jetzt wieder zurück? Wo sind wir denn? Da läuft es die Felschus-Dauerreisen. Wenn wir die Oli-Bahn wie auf den Teller holen, dann kommt das weiter zurück. Das ist die Felschus-Dauerreisen. Was ist das? Wenn wir die Felschus-Dauerreisen haben, dann kommt das Wasser zur Bühne, wir haben noch ein bisschen mehr. Da war es sich für die Felschus-Dauerreisen, so wie wir die Felschus-Dauerreisen haben. Da war es sich für die Felschus-Dauerreisen kam. Vilberreisen war er felschus-Dauerreisen. Die Fersefreiheit hat erfordert. Da war es ein bisschen öffert. Das war es ein bisschen zu,